Musik 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 Why did I do some Spanish points I want back to Whitefield to hook back to Breach? Let's see if I wanna be outposts. We can find pretty much anything you need there. Laufen, Holz, na ja, fehlt nur noch Speck und Bohnen. Puffer! Aha, ich werde auch noch mal sehen. Meister Schütze, siehste. Ist das tot? Ja, da liegt es. Ein Schüsse ist Irrsarmung, siehste. Boah, ist der Herz so gut. Ein Schütze ist ein Schütze, siehste. Das ist ein Schütze. Untertitelung des ZDF, 2020 Na ja, schauen wir nun mal hier hinten rum, oder ne, wir sind gleich zu dem Geschossenen Das ist halt so Voll in den Hals geschossen. Voll in den Hals geschossen. Ey, was sind das für Scheißpatronen, ey, wirklich. Das stinkt, Normale. Auf die Entfernung, Alter. Ist der eine Knockout gehen müssen? Ich verstehe das nicht. 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 Sehr gering, Alter. Scheiße. Mh, jetzt hab ich mal ein Zitruss. Jetzt muss ich den normalerweise in die Luft nehmen. Wricte ich an, aber ich habe das hier. Jetzt hab ich den normalerweise ein Zitruss, didn't ich den Zitruss aus? Das ist alles. Ach, sehr gering und da unten liegt es. Ah, die sind ja gut. Ach, nicht schlecht. Ja, das ist schön. Boah, der hat ihn so nervig. Warten wir uns mal hinlösen, oder? Oh, der hat ihn so nervig ist. Oh, den hat es ja gleich auch echt. Oh, den hat es ja auch echt. Ja, das ist so, ja, das ist so, ja, das ist so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, er ist krass. Den hat ich. Fuck, hier ne Mundwinn. Ich kann nicht mehr mitten in die Bandei oder so. Oh, er ist krass. 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 Und noch cut. Oh, er ist krass. 거기 ist krass. Das ist wirklich close to where you're at right now. I'll send the coordinates. I'll send it to you later. I'll send it to you later. I'll send it to you later. Okay, here you go. Full ins Brett in the Rear succeeded. Das gibt es einfach nicht. Die Entfernung! Das sind übelste Panzer, die Vie果. Khons Oi inspiration! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Den habe ich so richtig ähnlich hier. Sehr gering, oder? Was ich so richtig? Ach, die Öl hier in Laufengel. Das macht keinen Spaß. Ah, das macht keinen Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Ah, ganz ehrlich, das muss doch auch irgendwann mal. Muss ich den Vogel doch eingeholt haben, da sitzt er nicht. Ich muss mir jetzt eh einhören, oder der Scheiß. Ich krieg da ja nicht die ganze Zeit hinter dem her. Der Erfolg ist immer schneller als ich. Schneller als ich. Wie auch immer. Nervig. Und ein weiteres Ding. Nervig. Ah, 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 ah. Ah, der Bär, der macht eine schöne Rundum-Karren-Anzüchte hier, nachdem durch der Verfolgung hier immer die ganze Karte durchtreibt. Trab, 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 trabend, ah. Gehend, laufend. Sehr frisch. Okay. 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 Das lustige ist, ich verfolge die ganze Zeit so einen dämlichen Bär, wo irgendwie andere Türe lassen sich wirklich blicken, so geil, sehr frisch, das bringt mir ja auch frisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann ruhig angreifen. Ich habe so ein Doppel-Läufchen dabei. Ich bin nicht schon langsam in Lorm. 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 Ich bin nicht gefährdet. Ruhige bis heute. Der blutet nicht mehr, was ist denn los? Der blutet nicht mehr, was? 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 Das ist ja so gut. Drei mal auf den Pogtrofischer sind, da wird er hinkommen, es gibt es doch nicht. Ach, da ist er vom Arsch. Wo kam das her? Was soll ich jetzt hier machen, wenn das dunkel wird? Ja. Na, meineine. Jetzt will ich an das mal richtig. Alles gut. Bär in der Dunkelheit. Oh, habe ich da Lust drauf. Ich glaube, ich habe die neue Führung von der Tag, aber... Ich mache das aber alle, aber... Ah, hier wird er recht zu machen. Oh, dann geht's. Verdiere Eier. Keine Zeit für euch. Oder ein Rummischreier. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, das ist voll weg jemand. Oh, Alter. Fuhr Gebiet. Egal, ich seh sowieso nichts. Aber... Was für eine Krugel am Bär, Junge. Zuendem. Ach so, ich habe hier so... Höre, Herr. Höre. Oh, alle wurden gegründet. Oh, ich habe wieder... Schau, schau, schau. 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 So, Freunde, und wenn wir den Punkt erreicht haben, ist für die Folge Schluss. Ein paar Rehe oder Herrsche oder was auch immer haben wir erlegt. Zwei Elche sind mit sich durchgegangen, oder wie man das nennt, sind abgehauen, angeschossen worden, bei den Elen sogar dreimal. Tja, was soll ich machen? So, was ist das? Nein, es ist absolut zu dunkel und mir noch irgendetwas zu machen. Ja, wenn ich ruhig komme, stoffe ich ihn aus. I am ready to fight. Ich habe mich nicht so geschmarrt, oder du bist da mit der Kunst. Ich habe es nicht so geschmarrt, oder? Ich habe es nicht so geschmarrt. Ich habe es nicht so geschmarrt, oder? Alkosal. Wir müssen jetzt alle zusammen. Er wird bei dem, das müssen wir gerne zusammengehen. Ich habe hier noch eine Bärmierkreis. Wie bin ich noch? Welche Größe? Bärmier. An so einen Bärmier habe ich auch in der Interesse. Bärmier. Kalester. Kalemier. Heiliger Kranster. Hecht. einfach Karri Räume. screaming. john, vorgemaßel. innocent. orthogonal, kommen runter und unten. Das ist ein schönes Ding. Das ist ein schönes Ding. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020